Ich denke, in diesem Moment ist es wichtig, dass die Leute, die die meisten betroffen sind, dass sie nicht allein geblieben sind. Dass sie sehen, dass Japan ein besonderes Land ist, alle bereit zu helfen zu diesen Leuten, mit einem schönen Wort, einem guten Wort, mit allen Unterstützungen, die man kann. Und natürlich unsere Aufgabe ist, das Team, ein gutes Spieler zu machen, Freunde zu diesen Leuten, zumindest in diesem Moment im Laufenspiel, dass sie sehen, dass wir auch für diese Leute kämpfen. Das ist unsere Aufgabe, was können wir in dieser Richtung helfen.